den wöchentlichen workshop an wir haben hier kurbelschuss drin die waffe geht eigentlich klar ich habe jetzt auch schon ein paar mal gespielt nicht so krass stark aber kann man schon mitspielen die war ja eine zeit lang schon sehr oft drin jetzt nicht mehr so oft aber jetzt wieder drin kann man eigentlich holen aber jetzt stärketechniken naja meisterdrifte schrott legendäre kraftwellen wer sich fragt wann die zwei neuen waffen reinkommen also die für den event shop angedacht die kommen am montag den siebten rein und noch mal montag den 14 also hier auf der seite so dann machen wir weiter marathon hype die denn ich glaube die war auch schon öfters drin erhöht die reichwarte von bullensturm und zwei kacheln oder kommandant sechs kacheln ja ok bullensturm jetzt nicht unbedingt es sei denn man will sich ein zweimal mal entgegen stellen kann man den abwehren oder größere hüllen weg schlagen also weg schieben muss nicht sein rasierklinge ja es geht ein salvensturmgewehr jetzt nicht so krass stark ja es geht also ich bin jetzt nicht vom begeistert ist aber besser als der meister drifter sturm flitter diesmal fünf stück nice das kann man sich da holen dann noch mal sechs stück natürlich auge des sturms kann man sich auch holen jetzt in der fläche klar doch reiner regentropfen standards klar das haben wir uns doch und ja ich denke mal kann man sich alles hier so holen vor der plus selten ungewöhnlich vielleicht dann auch auch mal holt ich eigentlich generell nicht aber ich würde es empfehlen vor der fix kann man sich da auch noch mal holen und ja immer legendär der überleben der legendäre schön äh epische kann man sich holen hier kann man sich aufwerten noch mal alles oder man geht halt und macht wiederverwerten dann kriegt man trainings und bücher durch äh episch kraftwellen selten braucht man nicht da kriegt man schon mehr als ausreichend epische helden sag ich mal aus den lamas beziehungsweise legendär eigentlich auch ziemlich aber legendäre kraftwellen kann man sich da ein paar holen also sich helden oder waffen ja ansonsten ja ein bisschen mager heute aber ja highlight wäre dann hier schumspitter das man ja sechs stück holt 60 stück halt ja geht auch glaubt